Ihr habt richtig gehört, die Menschheit wurde von diesen Aliens gesät, damit sie uns fressen können. Und, ja, die Typen meinen, dass wir jetzt denen gehören. Wow, okay. Und... Wow, kommst du aber auch mal wieder her. Du musst dich. Komm her. Das ist zerlegt. Und das Tolle bei uns ist. Aha, okay. Der Nachteil ist angesetzt. Habe ich getroffen? Ja. Treffer. Typ ist Luftsprengen. Was tue ich für ihn schon? Jetzt kommt so ein Viech wie eben bei Jen eben. Wow, das Ding ist so hart. Das Ding ist so hart. Schlimm das. Hey, komm. Schlimm das und geh. Wow, der Disintegrate. Geh weg. Er hat zwei Bunker, die ich auch zwei Bunker genommen habe. Und... 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 Ist er weg? Nein, ich bin doch immer noch. Das Ding halten aber viel zu viel aus. Wow. Okay, okay. Die Munizum mache ich noch leer. Und dann gehe ich auf den Raketenwerfer. Das Ausweichen. Wow. Ganz ruhig. Und weg. Und besiegt. Was kommt nun noch? Aber das war es nämlich noch nicht. Okay. Nochmal ein Centurio. Und tot. Super. Aber... Trotzdem, das dürfte es gleich schon wieder gewesen sein. Ach, das sind halt noch richtig schöne Oldschool-Shooter, wo es einfach nur geht um Skill. Ja, wisst ihr? Da muss man einfach nur beweisen, dass man gut ist. Und... Das ist halt schön. Das mag ich halt auch total. An diesen alten Shooter. Das heißt alten Shooter. Das Spiel ist von 2006. Aber... Das Spiel ist halt noch Oldschool-ig. Da gab es halt auch noch zu diesem Zeitpunkt noch andere Spiele. Äh... Aber trotzdem. Wow. Jetzt kommt der Keeper. Jetzt kommt der Keeper dran. Der Keeper ist jetzt 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 dran. Der Keeper hält doch einen Schuss aus. Und ist er weg. Der Keeper ist dran. Der Keeper ist dran. Ich hab' ihr sehen. Es hat einfach begonnen. Oh, nein, nein! Was ist das denn? Okay. Oh, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Seht ihr das da? Richtig, das sind weitere Keeper. Oh, Leute. Das war nur eine Keeper von vielen. Ein Keeper von vielen. Und da... Ne, da ist keiner. Aber jetzt... Richtig, mehr Keepers. Und die Leute sind hart. Die machen richtig viel Damage. Das ist für keine leichte Stelle. Okay, komm her. Okay, okay. Ah, verdammt, genau. Die können nämlich auch Telekinese benutzen. Das haut richtig rein. Komm, geh weg. Alter, geh weg. Ich hab den Kopf nicht. Oh ne Scheiß. Okay, ich hol mir den Streik. Okay, wo bist du? Das ist ja nur so ein Schild. Das ist böle. Okay. Geh weg. Geh weg und stürm. Ich hab aushalten. Das ist aber so hart. Oh, scheiße. Der wird blind teilen. Und die Dinger sind explosiv. Und aua. Ah ja ja, ich werde hier noch oft genug sterben. Okay, es wird ein ziemlich langer Part, glaube ich. Ich werde ihn wieder schneiden müssen irgendwann. Aber ich werde heute das Spiel durchspielen. Er steht schon mal fest. Zumindest in der Session. Also, ihr werdet es da nicht sehen, aber... Äh, in den nächsten Tagen halt. Jetzt stirbt der Scheiß. Der ist weg. Böderweise gibt es ja noch mehr. Aber der ist der nächste. Scheiße. Ich kann die nicht angreifen, wenn die das machen. Ach, Alter. Mir dreht es langsam. Okay, jetzt bist du dran. Oh, Mann. Und die nächsten. Strahlholen. So, wo bist du? Ach, der ist tot. Ich hab noch gekillt. Okay. Sehr, sehr schön. Wow. Ach, mein Gott. Der wäre jetzt jetzt weg. Oh, ich hab jetzt ganz schade auf dich drauf. Reicht immer noch nicht. Das ist so unglaublich. Die nächsten Schrei... Oh, sehr schön. Plutze Munition kann ich auch mal gebrauchen. Zack. Zack. Und natürlich treffend ist das Geländer. Ja. Wie ich es aber noch hasse. Okay. Daneben. Da braucht nochmal so eine Aktion halt. Das ist mal mit dem Exklusiv-Ding. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Zeig dich, wo du Scheiß-Keeper. Da ist er. Oha. Nicht gut. Okay. Nicht getroffen. Komm, ey. Keeper. Keeper, Keeper, Keeper. Zeig dich, wo du bist. Okay. Ich treffe. Nicht getroffen. Aber der ist los. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nicht gut. Wieder mit. Nach uns werfen. Das war knapp. Und jetzt hole ich mir wieder die kurze Munition. Hinter mir. Hinter mir. Ja. Das war's. Wow. Okay. Okay. Das war's. Keine Ahnung. Oder? Kann ich mir noch Leben holen? Oder war noch irgendwo noch was zum Heilen? Hier ist mal oben. Mein Gott. Und ein weiterer Trigger. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Aua. Und tot. Oder? Nein, noch nicht ganz. Aber jetzt bin ich tot, oder? Nein, aber jetzt. Wir halten die aus. Das ist so hart. Komm, mach schon. Heilung, heilung, heilung. Da bist du. Da bist du. Okay, okay. Und ducken. Mitze Munition aufladen. Derweil. Okay, wir werden wieder nach mir werfen. Das gibt's aber nicht. Treffer und... Treffer. So lehmlich, dass die Vierer auch so schlank sind. Man sieht die kaum. Und wieder Munition und Heilung. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Ich muss mich sofort heilen. Und trifft nicht. Sehr schön. Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Und noch sofort die Reaktion. Es sind sogar zwei Keeper. Das ist... Wow, nicht gut. Okay, okay. Wo ist der nächste? Ja, Treffer. Wow, nicht gut. Treffer. Und wo ist der nächste? Wow, einfach. Aber nicht gut. Die scheiß Geländer. Das nervt mich total. Okay, ich brauche den Strahl. Der Schuss in die Werbung ist total mies. Der zieht nämlich dahin, wo man hingeht und da, wo man gestanden hat. Man muss dann genau dazwischen landen. Geh weg. Scheiße. Treffer. Wow. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wow. Fast or... Wow. Ich stelle es so hart. Okay, okay. Aber dafür sind wir bald durch. Ich glaube, das sind noch zwei Räume, da haben wir es gepackt. Okay, keep up. Äh, ich hole den. Die Blitz der Munition wieder. Okay. Nicht gut. Wow. Treffer. Und wow. Und da wirkt jetzt sogar drei Teile. Der hat bekloppt. Der ist immer noch nicht weg. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Zeig dich, zeig dich, zeig dich so. Weg. Jetzt muss dann immer weg sein. Mein Gott. Wow, 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 wow. Der ist weg. Sehr schön. Der ist immer noch da. Scheiße. Okay. Huiuiui. Okay, die gehe ich jetzt entgegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist... Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Boah, ist doch knapp. Und bam! BAM! Geh endlich weg. Ich gehe da, wo ich will. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss... Geh weg, geh weg, geh weg. Ist er tot? Nee, ist noch nicht tot. Aber wo ist er? Oder ist er doch tot? Nee, ist er nicht. Sack. Ich habe keine Munition mehr dafür, aber die rechte Munition sind wir frei. Da ist er. Und was machst du? Nicht viel, wenn du jetzt tot bist. Bitte, danke. Das war's, oder? Das sieht so aus. Ach, die Talia hat dann viel auf. Der ist mir früher gewusst. Dann nehme ich mir lieber doch die Munition, ehrlich gesagt. Denn in der Zeit kann ich mich halt über Deckung gehen. Und dann muss man halt aufhalten, sonst macht das nämlich kein Damage. Okay. Äh... Ja, genau. Auch eine schöne Stelle. Hier geht es nämlich immer noch weiter mit Kiefern. Wow, komm her, komm her, komm her. Aber hier hat mehr Deckungsmöglichkeiten. Deswegen ist es etwas leichter. Oh, hier hat Dreck vor mir gespawnt. Wow. Habe ich ihn erwischt? Nicht gut. Ich möchte dich nur noch gerne hart hinauf. Wow. Habe ich ihn gewischt? Habe ich. Oh, komm her. Wow, das sind so harte Folgerichte hier. Die Musik macht auch noch so viel zur Stimmung mit. Okay. Und... Äh... Ich habe mich erinnert. Wir sehen ihn erwischt. Er ist Keeper. Tropfen. Tropfen. Wow. Wow. Und schießt und hüpft. Okay, die können ja wohl gar keine Chineser ansetzen. Deswegen sind die noch halb so gefährlich. Das Wolken ist leer. Impressive, dass du es nicht verhielst. Oh nein. Ah, die Stelle ist krass. Hier. Seht ihr das? Du kannst so viele verdammte Frequen, wie du willst. Es ist dir, ich bin nach. Ich könnte diese Keeper, nur ein bisschen ein bisschen. Ihr Leben restet in meinen Händen. Ja, und die gute Mutter tutet alle Keeper. Alle Keeper. Alle Keeper sind tot, ich glaube es sind wirklich alle Keeper tot und wir sind der einzige, der nun den Platz der Keeper einnehmen soll anscheinend. Mutters Umarmung. Ja, an dieser Stelle werde ich auch den Part beenden. Der war jetzt auch schon lang genug. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so noch in die Länge zieht. Wir sehen uns dann im letzten Gefecht. Wahrscheinlich. Bis dann, Leute. Tschüss.